Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf einer meiner heftigsten Fortnite-Videos überhaupt. Ich weiß gar nicht, warum das nur 150.000 Aufrufe hat. Ich habe zum allerersten Mal mit Maus und Keyboard gespielt. Horikan war da zum Einrichten von dem Ganzen. Es war so scheiße, weil ich noch nie irgendein Game gespielt habe. Höchstens mal League of Legends, aber da musste ich auch nie laufen mit WASD. Das konnte ich nicht. Ich kann ja auch heute noch kein Dach bauen, weil ich meinen kleinen Finger nicht benutzen kann beim Zocken. Ich habe es nicht gelernt. Ich habe mein ganzes Leben lang nur Controller gespielt oder Mobile. Und das war das erste Mal mit Maus und Tastatur. Wir werden jetzt am PC Fortnite spielen. Ich war mega begeistert. Ich war stark dagegen, aber alle Zuschauer meinten, ich war ja damals in Call of Duty nicht schlecht am Controller. Ich bin ja deutlich besser am Controller. Wir werden aber dann auf PC geswitcht, weil damals gab es dieses Builder Pro und die ganzen Einstellungen vom Controller noch nicht. Und du konntest nicht mit Playstation oder Konsole, du konntest nicht mit PC zusammenspielen. Deswegen musste ich aus meiner Komfortzone raus und an den PC. Und im Nachhinein war es einfach falsch. Es war eine falsche Entscheidung. Ich wäre viel besser in Fortnite gewesen. Und macht euch auf etwas gefasst, Leute. Wer mich heute flamet, die wären alle gebannt. Sind wir auch bereit? Es wird auf jeden Fall richtig witzig. Oh Leute, ich bin so schlecht. Ich muss immer lange überlegen und dann gucken. Ich muss immer auf die Statur gucken, wo die Tasten sind. So schlimm ist das Ganze. Ja, das passt ja irgendwann aus. Hier, ich stehe auch manchmal vor den Waffen und hau die und... Nimm sie auf E. Das ist halt so Basic-Dinger, dass du mit Laufen kannst. Mit VR ist die Laufen und mit E sammelst du Sachen ein. Das war für mich völlig eine neue Welt. Auf! Ich muss die Tür aufmachen und hab die Tür angeschossen. Wer ist Hurikan? Hurikan kennt ihr doch, oder? Hat sich nichts geändert bis heute. Das ist falsch. So, jetzt können wir... Wie kann ich in die Hocke gehen? Das weiß ich nicht. Äh, Steuerung. Steuerung. Okay, Steuerung. Da hab ich heute auch noch Probleme mit. Da hab ich wirklich heute noch Probleme mit. Gut, also wenn sich der Gegner nicht bewegt, dann treff ich ihn. Man muss ja den... Rechtsklick gedrückt halten. Okay, geht los. Das ist alles neu für mich. Rechtsklick gedrückt halten, dass du zooms und dann schießt du. Also ohne Witz, dafür, finde ich, hab ich mich gut entwickelt. Schaut euch das letzte Fortnite-Highlight-Video an, wo ich am snipen war. Da bin ich gestartet. Wie alt bin ich da? 22, 23? Mit 23 das erste Mal mit Lauf mit WASD? M ist Map, das weiß ich. Ja, oder? Oder, äh, Tab. Wie OG ist das Video bitte auch? Tab auch, okay. Äh, hier. Doppelhaus. Also, das... Der... Wie ist denn hier? Ja. Wie ist denn Fortnite aussah? Ist der steiler? Einfach runtergucken mit der Maus. Und wenn du fliegst, machst du W und A zusammenrücken oder B und D, also so. Ja? Schräg fliegen, dann fliegst du ein bisschen schneller. So? Ja, genau. So gelandet, das hat geklappt. Wie geht die Tür auf? E. Hier ist eine Kiste. Waffen, auch E. Man muss ja immer E drücken. Ja, geil. Ich hab'n Raketenweffer. Immer E. Auch E-Kisten. Ist ja immer E. Genau, ist eigentlich alles E. Also, du machst eine Aktion. Du machst... Du kannst auch, wenn du an der Atlete stehst und dich wieder spielen spülen. Ich kann's grad nicht fassen, Alter. Ich erinnere mich da nicht mehr dran. So, auf dem Level hab' ich mal gespielt. Aber da finde ich... Alter, da hab ich mich gut entwickelt. Du kannst auch E drücken. Echt? Okay, gut. E... Ja, E kann ich schon mal. Ich glaub... Was ist... Viereck, oder? Tür aufmachen oder so? Ja, ist alles Viereck. Ja, genau. Also, alles... Hier hol' ich die Pick-Ecks draus. Äh... Mit 1 oder... Ich kann auch das Rädchen drehen. Aber das dauert dann schon lange, ne? Ich hab das erste halbe Jahr mit Mausrad gespielt. E. Oh, das ist gut. E, 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 E. Hast du eine Waffe? Ich hab unbedingt einen Raketenwerfer. Ja, komm her. Kriegst eine. Ey, wer damals in diesem Stream dabei... ...war... ...geil. Oh, das bist du, Alter. Hätt' ich fast angegriffen. Aber ich hätt' ich eh nicht getroffen. I. Und dann einfach die Waffe rausziehen. Nimmst sie... ...und dann ziehst du die ganze Monte auf dieses Feld. Oh, da ist einer. Da ist einer. Kann ich den nicht aufnehmen? Nein! Was ist passiert? Haben wir uns alle gegenseitig getötet? Da hat das Friendly Fire noch an. Horikan hat mich getötet. Du bist tot. Horikan hat dich eliminiert. Da war Friendly Fire noch an. Mit nem Rocket Launcher. Alle getötet. Alle drei. Hast du uns jetzt alle drei in die Luft gesprengt? Alle drei, ja. Ich hab mich sogar mit der Pumpgang getroffen. Tatsächlich. Ich dachte, ich hatte die andere Waffe schon. Ja gut. Gut, gut, gut. Ja, so. So läuft das. Die Mucke und alles noch von damals. Fortnite bei am PC. Vom Prinzip her ist es genau das Gleiche. Du in die Luft guckst nicht so in Schreien. Der hoch guckst nicht so raus. Kann man das so machen, dass ich das einmal drücke und dann immer Sprint ist? Finde ich chill. Da hab ich meine Fortnite-Videos noch selber geschnitten, ne? Ist ja auch richtig schlecht einfach. Guck mal. Was ist das für ein Cut? Das ist genau das Gleiche. Wenn du in die Luft guckst nicht so in Schreien, wenn du hoch guckst nicht so raus. Ey, mitten im Satz. Wenn du hoch guckst, dann musst du steil und dann musst du und dann bam und auf einmal sind wir da. So machen, dass ich das einmal drücke und dann immer Sprint ist. Finde ich chilliger. Wie geht das? Langsam. Guck mal hier. Schon verbesserte 10 Minuten. Weiß ich, wo die Tasten sind. Oh fuck, jetzt wieder nicht. Das passiert mir bei heute auch nochmal. Man schießt mal Autos. Ich muss doch eh klicken, Mann. Oh, hauptsache du schießt nicht auf mich. Du hast ja eben auf mich geschossen. Ich hatte mit den Raketen-Familien. 33 Leben noch. Huri ist so unfassbar stark mit Sniper. Swinkersmiley. Ist das ernst gemeint? Ja, Sniper ist gut. Also die Map und alles, ne? Ich benutze bisher nur W und drehe immer in die andere Richtung, als dass ich da hinlaufe. Das ist jetzt hier oben F1 oder wenn du Q hast, dann switchst du halt den Baumodus, ne? Ja, da ist einer runtergefallen. Ich Sniper. Erster Sniper-Schuss ever auf dem PC. Die sind abgeschossen von der linken Seite. Wir können auf den Berg. Nicht getroffen. Ich will nochmal. Ich bleib einfach so völlig offen stehen. Getroffen. 55er Hit? Da hat ein Scar-Headshot damals mehr Damage gemacht. Wieso lädt er nicht nach? Oh, ist nachgeladen. Alter, ich... Hab einen gedockt. Stark. Der war... Der war die anderen, die auf den wir schon waren. Hat ihn geholt. Tot. Der ist rausgekommen. Töt ihn. Ich schieße das Mausrad drehe. Auch einen eigentlich. Scheiße, Mann. Ich will ihn töten. Wo lade ich nach? Ja. Wie klob ich? Ich sprinte auch nie. Ich drück nur wie? Wir müssen in die Zone, aber wir müssen ihn auch töten. Hast ihn? Ja, hier bei mir. Abgehen. Stark. Lauf. Der schießt da auf dich. Nein, der ist außerhalb noch. Der kommt zwei Stunden. Man kann einfach nicht reingucken, ne? Hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab dreimal im Kreis um ihn geschossen. Hab mich überhaupt einmal getroffen. Das muss ich mir im Stream nochmal angucken. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, Leute. What the fuck? Einfach... Der hat ja full life. Na gut, chillt hat er full. Er hat mit dir nicht mehr gerechnet. Sieht für mich aus wie das Gameplay von heute. Ey, der Gag könnte dich alle zwei Sekunden bringen. Ich spiele heute ein bisschen anders. Na, Mann. Okay, Leute. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir mal einen Vergleich. Das war so... Das war meine erste Runde, so richtig, so, ne? Erste Runde Fortnite auf dem PC. Gib mir ein paar Wochen. Wie euphorisch ich noch war. Gib mir ein paar Wochen. Vier Jahre später. Ich kann keine 90s. Kann keine Dächer und kann nicht crouchen. Gib mir ein paar Wochen. Wie geil. Wie geil. Gib mir ein paar Wochen. Ein paar Tage. Das wird schnell besser. Gib mir ein paar Tage. Gib mir ein paar Tage. Was ist das denn für ein geiles Video? Der, wie ist das geschnitten? Nee. Wie ändere ich das Material? Wie ändere ich das Material? Äh, mit rechts dick. Ich werde mega aggressiv, wenn ich das sehe, irgendwie. Mit 1. So, die Waffe, okay. Und das wäre dann jeweils auf 5. Ist halt schick, dass das alles mit einer Taste geht. Und man nicht immer direkt Dreieck, Dreieck, Dreieck so durchs... Was ist denn mit den Leuten? Damals waren ja alle scheiße in Fortnite, ne? Aber was ist denn mit den Leuten, die damals Fortnite gespielt haben? Die waren ja alle fast genauso scheiße wie ich. Die waren ja, also... Wieso hatte denn da keiner Aim? Wenn heute jetzt ein neues Battle Royale rauskommen würde auf dem PC, dann hätten ja alle ein stabiles Aim. Durch andere Games wie Warzone, Fortnite und das ganze Ding. Wie kann... Wieso waren alle so scheiße? Gegner? Wo? Ne 60. Gehen gleich aufs Dach? Ne 60. Weiß noch ein Dach. Sollen wir schießen oder wollen wir hin? Schießen würde ich sagen. Wir sind getroffen. Treffer? Sag mal getroffen. Treffer? Oh mein Gott, Headshot. 75er Headshot. Geil. Wieso trifft der? Hier liegen ganz viele Granaten. Wer wirft die? Wer wirft die? Wirfst du die? Einer hab ich. Alter, ich hab getroffen. Geil. Hier liegt noch richtig schöner Loot. Alter, ist das intense. Holy shit. Ich komm gar nicht klar. Ich hab doch gar nichts gemacht. Hori hat die beide getötet. Uh. Geht jetzt der Szenenwechsler beim Stream Deck eigentlich? Könnte ich jetzt einfach hier draufklicken. Äh, warte. Zurück. Und dann auf Fortnite. Und dann auch groß, ja. Werden wir jetzt groß, theoretisch? Witzig. Damals hab ich das Stream Deck noch angeschlossen gehabt. Seitdem ist es vier Jahre neben meinem PC und nicht angeschlossen. Gucken wir das mal an dem Stream hier. Oh ja, ist die ne groß. Guten Abend. Ich kann das hier jederzeit triggern, wenn wir jetzt hier Elgato Stream Deck einstellen. Da war Stream Deck, was ganz neu ist. Engestellt. Für Live-Reactions. Man sieht, dass ich gerade einfach einen Puls von 120.000 hab. Dann können wir wieder zurückgehen. Vier HP. Kein Schuss mehr, Alter. Mein Sub-Sound, wie laut und nervig. Wie spiel ich denn? Ich verschieße alle meine Waffen leer. Vier HP. So steigt das bisschen ins Video rein. Ich sterb doch locker gleich, oder? Scheiße. Ich hab einen Schuss da hinten mal getroffen. Dann hat der hinten richtig low. Hier liegt uns erstmal. Der hat sich auch gehealt. Erstmal healen. Ich schieße ihn einfach in den Kopf. Jo, da kommt die Rakete. Wo kann ich laufen? Ich schieße ihn einfach in den Kopf. Aufstehen, 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 aufstehen. Nein, Alter. Alter. Was ist das denn, Leute? Was ist das? Ich kann ja nicht fassen, Alter. Das ist richtig gut. Was ist denn das für ein Reflex? Guck mal, wo die Rocket ankommt. Wir sind ja nicht getötet. Ich hab einen Schuss da hinten mal getroffen. What? Der hinten richtig low. Heal ist uns öfter. Der hat sich auch gehealt. Erstmal healen. Gleich noch mal in die Rocket. Ich schieße ihn einfach in den Kopf. Jetzt kommt sie. Jo, da kommt die Rakete. Wo kann ich laufen? Loll. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Nein, Alter. Alter. Was ist das denn, Leute? Was ist, was soll das? Richtig gut. Ich kann entweder schießen oder rennen. Beides gleichzeitig geht überhaupt nicht klar. What the fuck? Was denken die, Alter? Jo, der VIP, der schleicht da erstmal weg. Oh my god, das war... Immerhin... Digga, ich wusste... Wie kann man nicht mal ein WSD hinbekommen? Ich hab's gar nicht gepackt. Wieso hab ich das reingeschnitten? Wieso hab ich diese Szene reingeschnitten? Was hat mich dazu verleitet, diese Szene reinzuschneiden? In die Top 10. Ich hab meinen ersten Kill. Was sind wir mehr? Mhm. Ich hab die blaue mit Visier. Ist auch gut. Ah ne. Sticker ich. Gegner direkt vor mir? Scheiße, scheiße, scheiße. Im Haus oder wo? Oh, mein Shotgun, ey, das war unser schlechtestes. Alter. Digga, nice, der ist genauso schlecht wie ich. Ne, doch nicht. Ein bisschen besser ist er schon. Der kommt zu dir. Der hat die Doppelläufige draußen. Digga, der war so schlecht, aber ich war halt auch richtig... Ich hab ihn nicht einmal getroffen. Muss ich zugeben. Oh, das machst du gut. Und das klappt. Oh, hier ist direkt neben mir einer. Das hätt ich dir sagen können. Oh, gut. Das wär so ein komplett Mind-Stay gewesen. Der war die ganze Zeit neben mir. Dumm, ne? Oh, man. Geil. Deswegen haben wir Huri dabei, Leute. Weil ich mach dann halt so die niceen Moves. Hast du Bandasen? Ja, zehn Stück, klar. Oh, hier kannst du. Lass doch ran, wenn du dich gefreut. Auf dich wird geschossen. Auf mich wird gekauft. Was für eine geile Zeit. Auf mich wird auch ganz doll geschossen. What the fuck? Ein bisschen Slurp, den ich mitgenommen. Die Waffe war auch so geil. Der Sound und alles. Der ist eliminiert, ja. Komm schon, heil dich. Ja. Oh, der kommt rein. So ein Sweater. Ich dachte so, oh fuck, der kommt jetzt. Okay, ich will jetzt die Shotgun aus. Dann stelle ich mich nach vorne. Und nehme ihn in Visier und schieße. Bevor ich mir einen Plan gemacht habe. Down. Ich muss erst mal überlegen, wo die Tasten sind. Level 79 gerade damit gekommen wird, da unten. Stark. Wo ist denn meine Maus? Ach da, zurück zur Lobby. Bleibt bitte bei PS4, das tut er wie anzuschauen. Leute, ich will YouTube noch 45 Jahre machen. Da muss ich PC lernen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das war aber smart. Dadurch konnten wir super viele Games zocken. Es kamen damals so viele heftige Games raus und auch so PUBG. Die ganze PUBG-Zeit konnte ich nicht machen, weil ich nicht am Computer spielen konnte. Ich konnte nicht WASD und so ein Stuff. Beste Entscheidung von mir. Ich glaube nicht, wenn man dich sowieso nur hört, aber nicht so laut. Müssen wir das mal. Vielleicht geht das ja sogar, dass man die gar nicht so nervig hört. Könnte sein. Ist das Pleasant Park? Ja. Krass, das ist immer noch unverändert. Also, ne? Digga, der hat einen Shotgun. Einen Schuss habe ich getroffen. Einfach leer geschossen. 30 Schuss habe ich dafür gebraucht. Ich habe lächerlich schlecht geaimt. Also ich wusste gar nicht, dass man... Kannst du mir reinkommen? Ich wusste gar nicht, dass man so schlecht aimen kann. Auf mich wird geschossen. Zack, bin weg. Hast du den gesehen von wo? Nö. Was mache ich denn da? Ich kann mich doch sehen. Mir geht gleich ein dicker Fight los. Ja. Hab ich schon einen Turn-On. Das kann ich nicht fassen. Könnt ihr das bitte nicht klippen? Könnt ihr das bitte nicht klippen? Das bleibt geheim. What the fuck? Also ich habe ja mit einigen... Ich hatte damit gerechnet, dass das Gigascheiße sein wird. Aber das... Aber... Krass. Krass. Leute, das war das Highlight-Video. Wir haben 2-3 Stunden gespielt und das waren die besten Szenen. Das war das Beste. Ey, aber ganz ehrlich, dass ich so gestartet habe mit Fortnite, finde ich... Dass ich jetzt... Der... Ich finde es... Krass. So. Das ist... Das ist auf jeden Fall... Besser als ein... Weißt du, eben... Guck mal, Monte oder... Äh... Revi oder... Papa Platte, die alle übelst PUBG gesuchtet haben oder andere Games. Die konnten wenigstens schon mit WASD laufen und alles. Und schießen und aimen und sowas. Und anvisieren. Das konnte ich alles nicht. Im Gegensatz dazu könntest du dich heute Pro nennen. Ja. Ja. Erste Solo am PC ist mega lustig. Ey, das ziehen wir uns nächstes Mal rein. Das ist gut. Das... Das behalten wir schon. Wo ich das erste Mal am PC eine Solo-Runde gespielt habe. Fuck, da ist echt geiler Stuff bei den alten Videos dabei, ne? Wie konnte das so lange unterm Radar fliegen?